Spielen Sie das gegnerische Artefakt und bringen Sie es zu Ihrer Basis, während Sie gleichzeitig das Artefakt Ihres Teams beschützen. Jetzt ist Blut. Ein Teamkamerad hat das gegnerische Artefakt. Sie sind jetzt ein Ziel. Das gegnerische Artefakt ist Ihnen in Ihren Basis gefallen. Ihr Artefakt ist wieder in Ihrer Basis. Was ist das? Das ist ein Ziel. Ihr Artefakt ist wieder in Ihrer Basis. Gegnerische Artefakt. Das gegnerische Artefakt ist wieder in deren Basis. Gegner hat ihr Artefakt gestohlen. Gegnerische Artefakt ist wieder in ihrer Basis. Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen. Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen. Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen. Ein Teamkamerad hat das gegnerische Artefakt. Das gegnerische Artefakt ist wieder in deren Basis. Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen. Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen. Artefakt ist wieder in ihrer Basis. Ein Teamkamerad hat das Siebmensch-Artefakt. Der Gegner hat Ihr Artefakt gestohlen. Das gegnerische Artefakt ist wieder in deren Basis. Doppelter Multi-Kill. Ein Teamkamerad hat das Siebmensch-Artefakt. Der Gegner 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 hat das Siebmensch-Artefakt. Ein Teamkamerad hat das gegnerische Artefakt. Das gegnerische Artefakt ist wieder in deren Basis. Die Gegner hat ihr Artefakt gestohlen. Sie wurden befreut. Die Anziehung. Die Anziehung. Die Anziehung. Die Anziehung. Die Anziehung. Noch eine Minute. Die Anziehung. Die Anziehung. Die Anziehung. Die Anziehung. Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen. Noch 30 Sekunden. Der Gegner hat ihr Artefakt geschehen. Sie wurden vertollt. Das gegnerische Artefakt ist wieder in deren Weise. Ihr Team hat gewonnen. Der Gegner hat es jahe. Der Gegner hat es nur eine diese Artefakt. Dafür hat es nicht Modellfahr.